Wir befinden uns heute hier auf der Baustelle Thon Plaza an der Erlanger Straße, Ecke Forchheimer Straße im Nürnberger Norden. Und hier leisten wir auf knapp 6000 Quadratmeter den Bürobau für die neue Mitte Thon. Dabei entstehen eine Tiefgarage mit 121 Stellplätzen. Es entstehen zwei Gebäudekomplexe, die später mal Einkaufsflächen, Bürogebäude und auch zum Teil Wohneinheiten beherbergen. Die meisten Nürnbergerinnen und Nürnberger und Menschen aus der Region werden die Location hier kennen. Wir befinden uns hier auf der ehemaligen Haltestelle von der Straßenbahnlinie 4 in Thon, die Endhaltsstelle, die abgerissen wurde und hier jetzt entsprechend Platz für die neue Mitte Thon gemacht hat. Und wir als Rohbauunternehmen Tauberbau mit unserer über 200-jährigen Geschichte und Verwurzelung in der Region sind dementsprechend stolz bei diesem Prestigeprojekt und in dieser Größenordnung hier den Rohbau leisten zu dürfen. Die Rohbauarbeiten hier laufen seit August 2023 und dabei entstehen, wie gesagt, zwei große Baukörper mit fünf und sechs Geschossen, die in die Höhe wachsen, inklusive einer Attika im obersten Stockwerk. Für unsere Rohbauarbeiten ist die geplante Bauzeit bis Ende September 2024 angesetzt. Und als besondere Highlights sieht man zum einen hinter mir die rot eingefärbten Fassaden-Arkadenbuben. Diese werden ab Werk als Fertigbetonteile eingefärbt geliefert und dann hier vor Ort auf der Baustelle von einer Fachfirma montiert. Und ganz aktuell wird auch zwei Stockwerke über mir eine neue Geschossdecke betoniert. Als weiteres Highlight wurde hier außerdem als Energieträger auf die Geothermie gesetzt, sprich mit tiefen Bohrungen ganz tief hier unter uns wird Erdwärme gewonnen und als Energieträger für das Gebäude genutzt. Bei einem Bauprojekt dieser Größenordnung ist ein geregelter Baustellenablauf und optimierte Prozesse natürlich besonders wichtig. Das liegt auch uns am Herzen, deswegen kommt hier von unserem Team das sogenannte Lean Construction Management zum Einsatz. Dabei wird der gesamte Bauablauf als ein einheitlicher Prozess gedacht und die einzelnen Arbeitsschritte so aufeinander abgestimmt und miteinander verknüpft, dass der Bauablauf möglichst optimal vonstatten gehen kann. Mit dem gesamten Projekt Ton Glaser bekommt der Stadtteil Ton ein neues bautechnisches Highlight. Und da sind wir natürlich stolz, unseren Teil als Rohbauunternehmen hier beizutragen.